Alter, guck mal, in Syrien! Negan, was ein Opfer! Woher kommt die denn? Die heißt Mona und kommt aus Rojabah. Ist in Syrien. Sie ist mit ihrer Familie von Gott geflohen. Ja, ich bin ein scheiß Flüchtling. Und jetzt... Hey, Samma! Hals! Diese Schule ist eine Völkerkatastrophe. Mona wird mies gemobbt. Herzlich willkommen in Deutschland. Ein Löwe. Ein Löwe bist du. Es heißt Löwe. Oh! Was ist ein Schuss? Die Neue ist gut. Jungs, die werden immer besser. Sie spielen trotzdem wie Mädchen. Ihr dürft teilnehmen! Nehmt eure Wut und packt sie aufs Spielfeld, nicht untereinander. Was haben wir? Sieger sein! Jetzt geht er raus und zeigt es einen.